hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls19 hof bergmann mit dem party so ich bin immer noch hier im big bags rausholen das getrocknete getreide da ist es wieder das ist aber so in großen hof ne bestehen uns trotzdem weg es ist eine katastrophe so party willst du weiter getrocknet das getreide entfüllen oh gott kann ich machen hast du den 313 geholt ja weil sonst kostet es ja unnötig geld das wollen wir natürlich nicht wenn der cp fahrer weiterhin wenn man die zeit noch ein bisschen hochdrehen können wir machen das haben wir die läden wieder auf haben besser ist naja so müsste vielleicht das atmen angemeldet sein dann irgendwie produktion ist gerade ausgegangen so das passt das passt auch erst mal ja alles gut immer ruhig mit dem pferd ne ist doch egal wackel 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 so könnte man vielleicht auch ein heckgewicht mal hinten dran schmeißen dann würde dann nicht so wackeln könnte 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 so wie ich sehe gerade wir haben zwei düngermüsse und die sehr schmackhaft sind party ich würde mal beide annehmen auf auf spontan wo sind sie weg los stopp 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 boah party ja feld 12 das ist dann auch feld 12 zuckerrüben schon wieder 95.000 euro da bezahlen wir fast zehn tage lang die rate das stimmt aber weiß ich nicht soll ich schon annehmen ich bitte haben was jetzt 0 39 ich weiß ja nicht wie lange die da ist ne warte mal machen dass ich mach mal die da ich lass mal die drei düngermüsse machen und dann schauen wir weiter aber das wäre schon eine sehr sehr schmackhafte mission ja definitiv zumal wir brauchen die rüben wir brauchen die kohle müssen zwar dann ein bisschen doll in vorausskasse gehen weil die cp kosten sind immens aber das können wir mit den mit den düngermissionen jetzt abdecken der streuer war noch weiter hinten glaube ich miss steuer da steht im unterstand dabei feld da ist da habe ich schon gesehen ja ich weiß nicht wie wir auf war da jemand wir können natürlich die mission noch annehmen und dann vorspulen weil der händler müssen eh warten bis der händler aufmacht ist richtig wir kommen ja sowieso nicht an das zeug an so jetzt müssen wir mal die türen zu machen dann was haben wir denn als nächstes hier fällt 1 glaube ich feld 1 feld oder haben wir okay da fahren wir zuerst nach unten fahre wir zuerst auf die 1 da würde ich kommen weil ich nehme jetzt noch mal die rüben mission an mit geräten natürlich und dann würde ich aber mal vorspulen weil jetzt kann uns ja nichts mehr passieren prinzipiell solange wir im tag bleiben ist gesagt ist es ja okay richtig ja ich muss hier umfahren wie viel ferkel sind denn jetzt dort fragt nie nach sonnenschein wenn man das nicht bald sparen feldhaus machen ja wenn wir alle zusammen nebeneinander hinstecken schon das sind sehr viele kleine so hier ist feld 1 das ist nicht allzu groß aber muss auch gemacht werden also der fendt hat ja eine richtig schlechte beleuchtung muss ich ja sagen soviel zeit muss sein allerdings die kritik muss jetzt einfach mal unterbringen hier ist halt kein glas war gerade taupers ja klar klar es hat 360 grad beleuchtung hat in seinem glas na ja so ein bisschen sowohl auf meinem single pro auf meinem single player hat mich derzeit doch kein glas fendt nee deutsch einen noch ein taktor ich habe schon insgesamt drei johnny ein johnny ja aber einen älteren dann fährst du noch einen warte was fährst du noch waltra nee sondern steuer ach ja gut wenn du hilfe brauchst sagt bescheid na ja ich komme zu dir weil das einfach selber machen feld nummer oder ohne er macht das doch eh viel besser sehe ich meinst du komm mach dein witz was es wird heller hier also bist du umgestiegen ok 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 warte mal lass uns mal gucken reife essen ist um 8 uhr ne also bis 8 uhr würde ich schon schwulen ja bis 8 uhr würde ich schwulen ja war dann würde ich schon mal die dinge ansetzen den fällt zwölf und dann können wir das zeug verkaufen ganz vorne rinnt oh gottes will nicht höher so 8 uhr ist es gewesen wie sehen die felder aus beide grünen ok da haben wir nichts zu dreschen heute das ist schon mal gut dann kümmere ich mich jetzt mal um die zwölf ich habe die gabel mit abgekoppelt mein gott kann man machen nee muss man nicht warum ist das ding jetzt wieder aus hier fragen über fragen so jetzt muss ich noch mal gleich in auftrag gucken wohin das gehört das zeug aber ich glaube zu reife essen wobei das können wir mit autodrive machen das hat sehr sehr gut funktioniert wenn du das vorgewände für den rüben oder einstellt machst du bitte fünf vorgewände reicht das ja ok dann mache ich fünf jetzt ans wegen die wendekreise wieder ja machen kann man hat ich mit master of cp so besprochen naja ja weil dann ist das wende manöver wesentlich angenehmer für ihn gute mama fünf vorgewände wenn sie nicht irgendwo hängen am baum oder so fünf vorgewände ich mache die insel noch mit rein ja dann können wir nichts falsch machen glaube ich zumindest ansonsten müssen wir den suche einladen noch mal für crash cross cp sagt er nicht so laute so dann jetzt wird es gleich lecken nein ja ich schon wieder noch am leben party ja ja ich hab jetzt nicht mitgekriegt aber jetzt standbild so so das gehört zum land handel so ok zum land handel du hast den bürger schon wieder tiefer gelegt meine geht er muss das ab den gleich richtig gefordert der muss kummer gewöhnt sein wo er hingehört richtig was ist heute samstag ja leute 20 uhr einschalten heute ist heute live sehen ne genau genau heute wird richtig dick also es werden einige von uns also ich denke mal heute werden eins zwei drei vier mindestens fünf bg laut online sein mindestens und das zur gleichen zeit und auf der gleichen map richtig also wann wenn nicht heute meine damen und herren mit give away das auch noch mal dazu gesagt es wird chaotisch aber wir freuen uns drauf ich das einzige befürchtung ist ich glaube dass es lenken wird aber das müssen uns sehen hier wird nicht direkt nitrato nicht machen ja das schauen wir mal Schauen wir mal dann machen wir enfim Feld nummer 12 und das gehört dann zum land handel Marine dann das abgespeichert wo ist der landhandler nicht sie unten oder so was das mit dem wagen erhebte gerade etwas an du redest mit dem war ja 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 nicht klar händler verkauf passen da bloß drei backpacks auf oder habe ich idiotisch gestapelt das könnte sein bin eher verletzter ist ich auch so das sieht gut aus das passt das heißt das feld hier müssten laufen ja zwei nebeneinander platz normalerweise hat ja ja ich kann das nicht mach du weiter was heißt ich kann das nicht ich arbeite sonst mit autolot was wir ganz faule ich bin uns auch ab und zu aber nicht immer da vorne steht er neben dem weißt du hat den den eubel ganz ausgefahren wenn ich auch besser ziehen kann und treffen kann aber funktioniert trotzdem nicht gut willst du weiter getreide an ich habe gerade eine schaufel voll zuckerrösen ah ja der ist auch schon wieder leer ich habe auch in den kommentare gelesen wir sollen uns die apfelplantage holen damit ich was zu tun habe kommt es dir vor wie du wenig arbeit hättest ich frage es nur so das ist ja zu wenig zu tun auf bergmann ganz schwierige geschichte ganz schwierig gut aber nichtsdestotrotz wie gesagt nochmal zur erinnerung heute abend live stream schaut gerne auf twitch vorbei werden einige online sein wir sehen uns wenn ihr wollt morgen wieder zu einer weiteren folge hier auf der wunderschönen hoch bergmann bis dahin macht es gut ciao ciao tschüss